Ihr fragt euch bestimmt, Classic, Sensitive, so viele Produkte, was ist denn da der Unterschied? Ich bringe Licht ins Dunkel. Alle Sweat of Classic Produkte, Sweat of Antitranspirant, Roll-On und Stick, basieren auf Aluminiumchlorid. Dieser Wirkstoff wird zumeist bei der Behandlung von übermäßigen Schwitzen eingesetzt und hat sich über die Jahre sehr bewährt. Die Sweat of Sensitive Linie dagegen wurde speziell für die Bedürfnisse empfindlicher Haut entwickelt. Körpereigene Laktatsalze ersetzen das handelsübliche Aluminiumchlorid. Hierdurch kommt es zu weniger Hautirritation bei einer vergleichbar starken Wirkung gegen Schweiß.